Frankfurter Flughafen, die Fahrt war übelst scheiße. Jetzt brauche ich erstmal Stärkung. Es gibt nämlich endlich den Big Tasty Bacon. Der ist geil. Wir haben übrigens wie lange gebraucht? Halbe Stunde, um den scheiß McDonalds zu finden. Länger. Nachdem man Magus gefressen hat, muss man ja bekanntlich wohin. Ja und das dauert erstmal 15 Minuten, bis man so ein scheiß Haus findet. Und an allen Ernstes ist auf der Herren Toilette etwas im Arsch und muss instand gesetzt werden. Die nächste Toilette befindet sich irgendwie 20 Minuten von hier entfernt. Und das ist jetzt egal, ich scheiß denen einfach hier auf den Boden, ey. Drecksladen. Ich will wieder nach Hause. Man muss alles positiv sehen. Immerhin kann ich jetzt endlich pissen. Time to take a piss! Das Opferflugzeug ist aber nicht unseres, oder? Alles was jetzt noch fehlt ist, dass das Flugzeug abstürzt, dann ist eigentlich alles dabei. Nicht zu tief, Rüdiger, nicht zu tief! Mein erstes Mal waren wir in vier Jahren. Klein, aber fein. Schon schlimmer erst gesehen. Wie man das hier bedient, K. Wie man das hier bedient, K. Zeig mal die Slips. Ja, bist du wahnsinnig! Ja gut, gehen wir jetzt vielleicht essen, gehen wir mal trinken und dann extra kauen. Scheiße, ich glaube ich habe schon ein bisschen viel getrunken, oder? Mario Kart in real life! Stern! Tja, Filmen verboten, aber mal ehrlich, könnt ihr dieses Ding hier identifizieren als Videokamera? Ich nicht! Wir haben noch einen kurzen Trip nach Ägypten gemacht. Nee, Schmarrn! Ich muss sagen, ich habe meinen grünen Daumen entdeckt. So, wir waren eine Woche weg. Nero hat sich ganz doof verhalten, nichts gegessen, war aggro. Mal sehen, wie er jetzt reagiert. WTF?! 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 Ähm... Andere dominiert! Okay... Und er lacht mich in Ruhe, du Arsch! Ach, dich mögen! Guck mal her, gleich ist die Hand ab! Joa, am Flughafen sind wir dann direkt in dieses Flugzeug hier gestiegen. Look at this dude! Dieses Porno-Heftchen hier war schon im Zimmer, ich schwöre es ist es nicht meins. Jaja, wahrscheinlich. Loll auf dem Kopf. Nicht, dass die jetzt in unser Haus stürmen. Hinter mir ist... An und für sich ist jeder Unfall mit einem Hai ein Unfall. Richtig! Die Activities, die meisten davon kosten natürlich. Was für Glubsch-Augen. The fuck you say to me, you little shit?! Leute, ihr habt's gesehen, wir durften sogar auf den Rasen bis zum Mittelpunkt. Krass. So seh ich das auch. Die Bahn-Card kann man ja auch nicht benutzen. Ja gut, so geht's nicht rein. So, dann tu ich's rein, ne? Bitte entnehmen Sie Ihre Karte, tu ich. Und dann kommt wieder die schöne Fehlermeldung, dass sie nicht gelesen werden konnte. Fick dich doch, Alter, wofür habe ich diesen Scheiß hier eigentlich? Und hier Box, 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 Box und in der Küche ist glaube ich auch noch eine. Hier kann ich dann eben was anschließen und darüber dann Musik hören. Und das hört man da im ganzen Wohnzimmer bzw. in der Küche. Ist also voll chillig. Ja, da geht's raus. Boah, wie ist das denn so blau? Ja, hier würde der Esstisch dann stehen, wenn ich einen mir leisten kann. Das dauert noch. Jetzt kommt's für Männer sogar mit Pissoir. Ich nutze sowas ja ehrlich gesagt nicht. Ich setze mich hin, das sage ich ganz ehrlich. Sowas, das kennen viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Sowas ist eine Seife. Ja, Scheißhaus. Heute an Valentinstag startet ein neues Produkt bei McDonalds, die McCurrywurst. Und ihr wolltet unbedingt wissen, wie ich die finde. Ich würde sagen, es ist nicht schlecht. Ja, aber für 5 Euro würde ich das jetzt eher nicht essen. Da bleibe ich dann schon bei meinem McDeal. Pechsträhne Continues, würde ich mal sagen. Ist einfach nicht so laut hier, Alter. Ist doch ein fucking YouTube-Video. Ich werde jetzt hier am Boden pennen. Da ist noch das Scheißhaus. Da ist ja richtig. Das nehmen die Videos in der Tat auch bei mirmeter. Das sind nicht sehr gut auf. Ich bin da noch nichtан aman, noch nochmal bei mirplan pressed. Ich bin da noch ein paar Minuten. Da bin ich die Möglichkeit. Ich bin der Bauchseid. Madonna undija. Bineken. Dann bin ich sicher. Da sind keine deine Freunde. Das ist gut das ist gut. Da ist gut, mal wirklich klar. Das ist gut. Da bin ich glücklich. Da bin ich. Da bist du glaube ich selbst. Da bin ein. Da bin der Typ. Untertitelung des ZDF, 2020